Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem Video zu Die Blumenstraße. Ich möchte euch ganz gerne eine Regelerklärung geben und dann ein Kurzfazit hinterher. Das Ganze ist ein Kennerspiel von Dani Garcia, erschienen bei Giant Rock für ein bis vier Spieler. Ungefähr 45 bis 90 Minuten ab 14 Jahre. Auf geht's! Ich habe das Spiel hier einmal aufgebaut, einmal für den roten Spieler und für den gelben Spieler, also für zwei Spieler. In die Mitte legt ihr das große Spielbrett. Wir haben hier in der ersten Sektion, das ist die Kalender-Sektion, einmal zwei Spielerscheiben, die wir hier auf das erste Feld setzen. Hier müsst ihr einmal schauen, dass ihr solche Bonusdinger hier abdeckt, je nachdem mit welcher Spielerzahl ihr spielt. Also bei zwei Spielern decken wir hier das unterste ab. Die letzte Spalte wird quasi nie abgedeckt. Dann haben wir hier die Mühlenverbesserung, die ihr hier offen auslegt. Die normalen, die häufigen und die super seltenen, also in diesen drei Seltenheitsstufen und die restlichen legt ihr hier als verdeckten Stapel bereit. Dann haben wir die Verbesserungskarten, da legt ihr auch drei bereit und den gemischten Stapel dann hier neben, damit ihr immer nachziehen könnt. Hier haben wir den Wasserfluss und den Wasserstand und vor allen Dingen auch hier diese Seekarten. Von diesen Seekarten, ja die mischt ihr alle und dann legt ihr die hier offen als Stapel bereit und bei der Fließgeschwindigkeit müsst ihr hier das Ganze auf 1 stellen und hier bei der Wasserhöhe auf 0, diesen neutralen Marker. Dann haben wir in der Mitte dieses große Feld mit den ganzen Tulpenfeldern und mit den ganzen Wiesen und in der Mitte haben wir diesen Marktsektor. Und auf diesen Marktsektor setzt ihr je nach Spieleranzahl erstmal diese neutralen Scheiben in Braun und dann müsst ihr gleich in Spielereihenfolge bzw. in umgekehrter Spielereihenfolge hier eure kleinen Marker auf eine Sektion setzen. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Außerdem haben wir im normalen Vorrat hier diese Tulpen. Das sind fünf verschiedene Farben, die legt ihr als Vorrat bereit, die gelten auch als unendlich. Dann haben wir hier diese Werkzeugmarker, die legt ihr als Vorrat bereit und diese X-Marker legt ihr auch als allgemeinen Vorrat bereit. Jeder Spieler bekommt dann so ein Mühlentableau. Da müsst ihr schauen, dass ihr das richtig zusammengebaut habt und ihr startet immer mit dem roten Strich hier bei diesem Pfeil. Das ist ganz wichtig. Und jeder bekommt hier so ein Pflanztableau. Das sind hier dieses Grüne. Da sitzt ihr die Mühlen drauf auf die Felder links. Ihr startet, je nachdem, ob ihr Startspieler seid, bei vier, fünf, sechs oder sieben Gulden. Je nach Spieleranzahl müsst ihr dann einmal schauen, dass ihr den Marker dann auf die richtige Position setzt. Und ansonsten habt ihr hier noch einen Marker übrig, den ihr dann später für die Zielkarte benötigt. Jeder Spieler startet außerdem mit einem so einem Werkzeugmarker. Dann haben wir am Anfang eine kleine Drafting-Phase. Also es gibt zwei Sachen, die wir jetzt einmal in umgekehrter Spielereihenfolge machen, wenn ihr die Spielereihenfolge ausgelost habt. Dann müsst ihr einmal diese Karten hier ziehen. Das sind quasi solche, die müsst ihr auf die grüne Seite offenlegen. Da wählt ihr quasi drei von diesen Verbesserungskarten aus. Das sind die Verbesserungsstartkarten bei zwei Spielern. Dann müsst ihr auch schauen, je nachdem, mit wie vielen Leuten ihr das spielt, werden unterschiedlich viele Karten ausgelegt. Und dann werden die erstmal gedraftet, gezogen. Das heißt, ein Spieler sucht sich eine Karte aus. Die steckt er hier oben auf seinen obersten Slot. Das heißt, er hat jetzt eine dauerhafte Verbesserung hier auf seinem ersten Slot. Der andere Spieler macht das auch auf seinem Board. Steckt er hier oben auf seinen Slot, denn die Karten hier oben, die ihr über dem Board reinsteckt, das sind quasi die dauerhaften Verbesserungen. Und die Karten, die ihr hier unter das Board stecken könnt, das sind quasi Kontrakte. Das sind Punktekarten oder das sind Möglichkeiten, noch Punkte zu generieren. Die Karte, die dann übrig bleibt, die dreht ihr dann um. Und das ist dann die Gunst der Königin oder beziehungsweise der Wunsch der Königin. Hier wollt ihr bestimmte Dinge erfüllen, um dann nochmal Siegpunkte zu erlangen. Dafür sind dann auch diese extra Marker da. Komme ich dann aber auch gleich nochmal zu. Und dann haben wir natürlich noch die Marktsektion. Ja, wie gesagt, da müsst ihr auch in umgekehrter Spielereihenfolge einmal eure Scheibe in eine von diesen drei Sektionen setzen. Und ja, ihr müsst dann in einer anderen Sektion starten als der andere Spieler. Also ihr könnt die nicht in die gleiche Sektion setzen. Bei diesen Sätzen von dem Marker müsst ihr nochmal schauen. Es ist halt so, dass der erste Spieler, der hier was setzt, der kann sich frei aussuchen, wo er es setzt. Der nächste Spieler muss dann halt eine unbesetzte Sektion nehmen. Es ist so, dass ihr später noch, ja, wenn ihr zum Beispiel zu viert spielt, dann ist natürlich der dritte Spieler setzt die letzte Sektion. Und der vierte Spieler hat dann wieder die freie Auswahl, weil es darum geht, dass hier ja die so quasi gleichmäßig besetzt werden, diese Sektion. Das Spiel wird insgesamt über vier Jahre gespielt, beziehungsweise es sind keine Jahre, es sind quasi so Umdrehungen. Denn jedes Mal, wenn bei einem Spieler der rote Zeiger auf seinem Mühlenbord weiter kreist und kreist und kreist und diesen Pfeil wieder erreicht oder überschreitet, dann setzt er seinen Marker hier auf das nächste Jahr im Grunde genommen oder auf diesen nächsten Abschnitt. Und wenn ein Spieler das erste Mal hier auf diesem Viererabschnitt seinen Marker gesetzt hat, dann ist es so, dass wir eine komplette Runde zu Ende spielen. Das heißt, ja, falls der Startspieler das ausgelöst hat, dann sind alle Spieler nochmal nach ihm dran. Und dann wird nochmal eine komplette Runde gespielt und danach kommt dann die Endwertung und es wird geguckt. Wer die meisten Siegpunkte hat, derjenige, der die meisten Siegpunkte hat, gewinnt natürlich das Spiel. In die Blumenstraße sind die Spieler immer abwechselnd an der Reihe. Sie machen einen Zug, dann macht der nächste wieder einen Zug, dann macht der nächste wieder einen Zug und so weiter. Und das machen wir quasi, bis das Spiel zu Ende ist. Und ein Zug sieht nun folgendermaßen aus. Es ist immer so, dass wir hier unten erstmal einen Fokus haben müssen auf diese kleine Sektion hier mit der Fließgeschwindigkeit und mit der Wasserhöhe. Und dann ist es so, dass ihr am Anfang des Zuges müsst ihr erst einmal überlegen, wollt ihr diesen Marker, der hier jetzt auf der 1 startet, wollt ihr diesen nach oben treiben? Oder wollt ihr den nach unten treiben, falls der auf einem oberen Feld ist? Oder wollt ihr diesen Marker so lassen, wie er ist? Im Grunde genommen, ja, wenn ihr den nach oben schiebt, dann müsst ihr davor was bezahlen, und zwar Geld. Ihr bekommt dafür aber auch Siegpunkte, denn diese Kronen hier, das sind immer Siegpunkte. Und ja, ihr könnt das entscheiden. Also ihr könnt auch von 1 auf 3 gehen, dann müsstet ihr 3 Geld zahlen, bekommt 4 Siegpunkte. Ihr könnt von 1 auf 2, dann kostet das 1 Geld und ihr kriegt 1 Siegpunkt oder ihr macht den von 2 auf 3. Dann würde das 2 Geld kosten und 3 Siegpunkte bringen. Insgesamt, das Geld wird immer hier über eure Leiste abgetragen. Das heißt, ihr könnt maximal 9 Geld, minimal 0 Geld haben. Ihr könnt keine Aktion machen, wenn ihr das Geld nicht bezahlen könnt. Das heißt, wenn ihr das Geld nicht habt, dann könnt ihr den Marker auch nicht nach oben treiben. Außerdem müsst ihr immer schauen, wie der Wasserstand schon ist. Das heißt, nachdem ihr den Marker gesetzt habt oder, ja, dargelassen habt, wo er sein soll oder wo er war, in Köln müsst ihr einmal schauen, wie jetzt der Wasserstand sich verändert. Das heißt, ist die Fließgeschwindigkeit hoch oder hier auf 2 Mittel hoch, dann ändert sich der Wasserstand um 1, wird erhöht. Das heißt, dieser Marker hier unten geht nach oben, würde der hier auf 3 stehen, würde der auf 2 nach oben gehen. Es ist aber so, dass wenn der schon ganz weit oben ist, dann habt ihr gar nicht die Möglichkeit, diesen Marker hier auf der 2 oder auf der 1 zu lassen. Ihr müsst den Marker dann nach unten schieben in eurem Zug, ja, weil der Marker hier nicht mehr weitergehen kann. Das heißt, ihr habt quasi diese Restriktion, dass wenn dieser Marker hier unten nicht mehr weitergehen kann, dann dürft ihr hier nie diese Felder nicht benutzen, wenn so, dass der weitergehen würde. Genau, das ist diese Wasserhöhe, die dann quasi dementsprechend hier steigt, je nachdem, ob ihr auf der 2 oder 3 seid oder wird ja nichts passiert, wenn ihr auf der 1 seid. Und danach müsst ihr schauen, ja, auf welchem Feld ist er denn nun am Ende gelandet. Und auf diesem Feld oder dieses Feld bestimmt dann, wie oft ich eigentlich hier das Mühlenrad drehen muss, mindestens drehen muss, um dann zu bestimmen, welche Aktion ich mache. Denn, ja, es ist so, jetzt zum Beispiel würde der hier auf der 2 sein und ich kann jetzt hier auf meinem Mühlenrad zwei Umdrehungen machen. Eine Umdrehung ist sozusagen immer bis zu dem nächsten roten Zahnrad. Im Moment, ja, starten wir quasi hier auf diesem roten und dann würde ich eins drehen. Ich würde noch eine zweite drehen. Und nun habe ich hier zwei Aktionen zur Auswahl, die ich durchführen könnte. Ich könnte hier einmal so eine Marktaktion machen. Die Aktionen gehen wir gleich alle nochmal durch. Oder ich mache hier so eine Wasserstandsenken-Aktion. Das heißt, ich muss mir das hier immer aussuchen. Gegebenenfalls, ich habe Upgrades, kann das auch sein, dass ich beide Aktionen machen kann. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Weiterhin könnt ihr hier in diesem Moment, wenn ihr dieses Zahnrad gedreht habt oder dreht, könnt ihr diese Werkzeugmarker hier ausgeben. Diese Werkzeugmarker erlauben euch, das Rad minus ein oder plus eine Umdrehung zu drehen. Je nachdem, wie viele Werkzeugmarker ihr ausgebt. Aber ihr dürft ja mindestens auf eine Umdrehung kommen, maximal auf vier Umdrehungen kommen. Das ist dann die Begrenzung, um diese Werkzeugmarker einzusetzen. Dann bin ich auf einer Aktion gelandet, suche ich mir eine Aktion aus, die führe ich dann aus. Und wenn ich dann fertig bin mit meiner Aktion, ist der nächste Spieler an der Reihe. Genau, und das machen wir, wie gesagt, so lange, bis wir hier oben das Ende erreicht haben. Ich gehe da gleich nochmal explizit drauf ein, was passiert, wenn ich hier diesen roten Strich bekommen habe oder wenn ich diesen roten Strich überschritten habe, was ich mir dann alles für Boni nehmen kann. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir einmal ganz kurz zu den einzelnen Aktionen. Und vor allen Dingen erkläre ich nochmal ganz kurz, was hier diese Kettenaktionen eigentlich sind. Die einzelnen Aktionen sind relativ simpel. Wir fangen einfach mal an mit dieser rechten Seite, auf der ihr auf dem rechten Mühlenrad hier diese Wassersenkenaktionen vorfinden könnt. Und diese Wassersenkenaktion bezieht sich natürlich auch hier auf den Wasserstand. Und ja, es ist relativ einfach. Die ist eine Stärke von zwei, diese Aktion. Und das bedeutet, dass ich hier diesen Wasserstand senken darf. Und zwar schaue ich erst mal, wo dieser Marker gerade ist, wenn ich diese Aktion mache. Sprich, wenn er zum Beispiel hier auf der 5 ist, gucke ich, ah, okay, alles klar. Hier gibt es, bei dieser Sektion gibt es zwei Geld oder zwei Punkte. Ich habe eine Stärke von zwei, also kriege ich den Bonus zweimal. Das heißt, ich kann mir jetzt theoretisch aussuchen, wenn ich die Aktion mache, ob ich vier Geld oder vier Punkte nehme. Und danach muss ich den Marker um so viele Felder nach unten schieben, wie hier meine Aktionsstärke das vorgibt. Das heißt, er würde dann zwei sinken. Ich habe zwei Geld bekommen. Ja, das würde ich mir dann hier abtragen, zum Beispiel auf acht Geld. Oder ich nehme halt zwei Punkte, was ich dann direkt auf der, vier Punkte, was ich direkt auf der Leiste abtragen würde. Das ist im Grunde genommen die Aktion. Es kann auch sein, dass ihr, ja, die Aktion macht, wenn der Marker schon ganz weit unten ist. Dann würdet ihr trotzdem den Bonus bekommen, auch in der Stärke. Aber ihr könnt den Marker halt nun mal nicht mehr nach links verschieben. Das funktioniert dann nicht. Aber den Bonus bekommt ihr dann trotzdem. Dann kommen wir zu dieser Contract-Aktion oder ja, Verbesserungskarten-Aktion. Da geht es um diese Auslage von Karten, die hier offen liegt. Und zwar könnt ihr euch, wenn ihr diese Aktion macht, einfach eine von diesen Karten aussuchen und die dann in eine eurer Slots spielen. Ihr könnt vorher bei dieser Aktion ein Geld ausgeben, um die komplette Auslage einmal zu erneuern. Vom gemischten Stapel dann quasi drei neue Karten auszulegen. Und ja, dann nehmt ihr euch einfach eine von diesen Karten und dann steckt ihr sie entweder in den obersten freien Slot hier in eurem Board. Bekommt dann dementsprechend Siegpunkte. Vorsicht, diese Siegpunkte sind nur einmal, ja, zu erhalten. Das heißt, solltet ihr irgendwie im Laufe des Spiels Karten austauschen, was ihr dürft, wenn ihr quasi alle Slots belegt habt. Und ja, irgendwie trotzdem noch mal eine Karte kaufen wollt und ja, das vielleicht irgendwie ersetzen wollt. Dann könnt ihr das machen, aber ihr bekommt diese Siegpunkte, diese Bonus-Siegpunkte, wenn ihr die Slots belegt, nur einmal. Ihr könnt die, ja, wie gesagt, hier oben hin tun. Oder ihr könnt auch den unteren Teil der Karte benutzen. Dann würdet ihr die hier in diesen unteren Teil eures Boards schieben. Und dann sind das Punkte, die ihr am Spielende bekommt. Je nachdem, ob ihr diese Bedingungen oder wie gut ihr diese Bedingungen erfüllt habt, die hier auf dieser Karte zu sehen ist. Grundsätzlich wollt ihr aber am Anfang erstmal eure Slots hier oben voll machen, um hier, ja, solche Verbesserungen reinzuspielen, die euch quasi Kettenaktionen bringen. Und da komme ich dann direkt einfach mal zu den Kettenaktionen, nachdem ich diese Aktion nämlich fertig ausgeführt habe. Es endet quasi damit, dass ich hier die Karte wieder oder die Auslage hier wieder fülle. Muss ich einmal schauen, habe ich durch diese Aktion Kettenaktionen ausgelöst. Ich habe hier eine Contractor-Aktion gemacht und ja, jetzt hier in meinen Kettenzügen ist tatsächlich keine Contractor-Aktion zu sehen. Aber hätte ich zum Beispiel diese Karte hier oben in meinem Slot und ich würde jetzt diese Contractor-Aktion gemacht haben, dann kann ich hier, weil ich eine Contractor-Aktion gemacht habe, noch eine weitere Aktion machen. Und diese weitere Aktion kann ich dann durchführen und die könnte wieder eine weitere Aktion triggern, wenn ich hier solche Verbesserungen habe. Dabei ist zu beachten, dass ihr keinen unendlichen Loop aufbauen dürft, denn ihr könnt jede Verbesserungskarte hier mit diesen Folgeaktionen genau einmal pro Zug nutzen. Ja, sonst wäre es halt möglich, eine Contractor-Aktion zu machen, dann irgendwie eine Pflanzenaktion. Und diese Pflanzenaktion würde eine Contractor-Aktion auslösen und so weiter, dann würde man nicht mehr rauskommen. Das heißt ja, jede Verbesserungskarte könnt ihr pro Zug genau einmal benutzen. Dann kommen wir zur Mühlenaktion. Bei der Mühlenaktion nehmt ihr euch einfach eine beliebige Mühle von eurem Tableau. Ihr habt ja hier solche Gruppen von Mühlen, die euch am Ende des Spieles Siegpunkte bringen für bestimmte Farben von Tulpen, die ihr hier auf eurem Beet gepflanzt habt. Dafür müsst ihr aber die komplette Gruppe freigeschaltet haben, um diesen Bonus am Ende zu haben. Und dann nehmt ihr einfach eine eurer Mühlen und dann setzt ihr diese Mühle hier auf das Board ein. Und da gibt es ein paar Regeln zu beachten. Ihr könnt zum einen immer natürlich auf diese freien Mühlenfelder gehen, die nichts kosten hier. Das sind relativ einfache Felder. Und dann bekommt ihr, wenn ihr die Mühle gesetzt habt, die Boni, die hier angrenzen, mit den Pfeilen markiert sind. Das heißt ja, wenn ich die hier hinsetzen würde, würde ich eine gelbe Tulpe bekommen. Oder wenn ich die hier hinsetze, würde ich hier so ein Werkzeugplättchen bekommen. Grundsätzlich, wenn ich irgendwas bekomme aus dem Vorrat, dann kann ich das hier lagern. Also diese Plättchen, die haben keinen speziellen Lagerplatz, aber die Tulpen haben einen Lagerplatz. Und diese Tulpen werden immer hier auf eurem Board gelagert. Da müsst ihr immer, ja, das immer weiter nach links schieben. Ihr könnt das dann auffüllen. Und die letzten beiden Plätze, die kosten dann Geld, wenn ihr die besetzen wollt. Aber ihr könnt im Grunde genommen, auch wenn ihr dann Tulpen irgendwann pflanzt, komme ich gleich zu, die Tulpen von irgendwo nehmen und die rutschen dann immer weiter nach links. Aber ihr habt hier begrenzt Lagerplatz für eure Tulpenpflanzen. Wenn ich jetzt diese Mühle gesetzt habe, wir sind ja immer noch bei der Mühlenaktion, ja, dann muss ich einmal schauen, wie der kürzeste Weg hier zum Markt ist. Und wenn der kürzeste Weg zum Markt über Mühlen führt, die anderen Leuten gehören, dann bekommt diese für jede Mühle Siegpunkte. Das heißt, ja, sagen wir mal, Rot hat hier eine Mühle irgendwie und der orange Spieler oder der gelbe Spieler möchte jetzt auch eine Mühle setzen und er möchte diese Mühle hier setzen. Hier kostet das Setzen zwei Geld, wenn er die Aktionen machen, jetzt in der Theorie macht. Und er dürfte die auch da hinsetzen, weil er eine Verbindung zu dem Markt hat. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Er dürfte die Mühle nicht hier hinsetzen, weil er keine durchgängige Verbindung mit Mühlen zu dem Markt hat. Hier ist nämlich ein freies Mühlenfeld. Aber er könnte sich hier hinsetzen und dann schaut er, wie ist der kürzeste Weg zum Markt mit Mühlenverbindung. Und der geht nur über diese rote Mühle. Das heißt, dieser rote Spieler bekommt dann genau einen Siegpunkt. Aber ja, er bekommt natürlich auch die Boni, wenn er hier seine Mühle hinsetzt. Ja, wenn es mehrere kürzere Wege gibt, kurze Wege gibt, die über verschiedene Mühlen führen, verschiedenfarbige Mühlen, dann kann der Spieler sich aussuchen, welchen Weg er benutzt. Aber es ist einfach wichtig, dass man immer quasi eine durchgängige Mühlenstrecke haben muss, egal von welchem Spieler die ist, zu diesem Markt, damit man diese Mühlen setzen kann. So setzt ihr die Mühlen auf den Bord und bekommt dann hier weitere Boni und löst damit auch dann teilweise wieder Kettenaktionen aus. Also hier gibt es Contractor, also diese Verbesserungskartenaktionen, Pflanzenaktionen, auch hier diese Wasserstandssinkenaktionen. Ihr bekommt Geld als Boni, also ganz viele unterschiedliche Dinge. Hier Verbesserungsplättchen, die ihr hier mit diesen Mühlen sammeln könnt. Dann kommen wir zur nächsten Aktion, das ist die Marktaktion und zwar hier standardmäßig in der Stärke 2. Dafür müsst ihr erstmal zwei Geld zahlen. Wenn ihr das Geld nicht zahlen könnt oder Gulden in diesem Fall sind es, glaube ich, dann könnt ihr die Aktion nicht machen. Falls ihr das aber könnt, müsst ihr natürlich hier wieder abtragen an eurer Leiste hier, um das zu bezahlen. Und dann könnt ihr hier auf dem Markt zwei Aktionen machen. Und das funktioniert so, dass ihr anhand der Stärke Schritte machen dürft. Also zweimal bedeutet, ich darf zwei Schritte mit meinem Plättchen machen. Und dann muss ich im Uhrzeigersinn immer in die nächste Sektion springen, auf der noch ein Platz frei ist. Neutrale Marker besetzen immer die Plätze. Falls ein Spielermarker dort vorhanden ist und sonst kein weiterer freier Platz mehr vorhanden ist, darf ich auch ein Gulden oder ein Geld bezahlen, um meinen Marker auf den Marker draufzusetzen. Ich darf auch einmalig vor der Bewegung entscheiden, ein Geld auszugeben, um einen neutralen Marker auf eine bliebige andere Position zu versetzen. Dies muss auch nicht im Uhrzeigersinn sein. Aber im Grunde genommen, ich habe zwei Schritte. Das heißt, ich gehe jetzt einen Schritt. Dann schaue ich, wie viele Marker hier eigentlich in dieser Sektion vorhanden sind. Es sind jetzt zwei Marker. Das heißt, ich darf jetzt mir zwei Aktionen aussuchen, die ich hier vorgedruckt sehe. Aber es muss zweimal die gleiche Aktion sein. Das heißt, ich könnte jetzt mir zwei weiße Tulpen nehmen, zwei rote Tulpen oder ich könnte zwei blaue Tulpen pflanzen. Das mache ich. Und dann gehe ich mit meinem zweiten Schritt, den ich ja noch habe, weil ich ja eine Aktionsstärke von zwei habe, in die nächste Sektion. Und auch da zähle ich die Marker. Hier sind es jetzt drei Marker. Also habe ich eine Stärke von drei und darf hier jetzt entweder drei blaue Tulpen nehmen, drei gelbe Pflanzen oder drei lila Pflanzen. Genau, ich kann so viel machen, wie ich möchte davon. Ich muss es nicht alles machen. Ich kann wahrscheinlich manchmal auch gar nicht alles machen, weil ich vielleicht keinen Platz habe oder vielleicht auch nicht die andere Anzahl an Tulpen. Aber ihr müsst quasi mindestens eine Sache davon machen. Naja, müsst ihr eigentlich nicht, aber ihr müsst das Geld zahlen. Aber wenn ihr nicht mindestens eine Sache macht, dann solltet ihr die Aktion auch nicht machen. Dann kommen wir zur nächsten Aktion. Das ist das Verbesserungsplättchen, Mühlenplättchen legen. Da könnt ihr euch hier auf der Auslage eins von diesen Plättchen aussuchen. Hier diese Standardplättchen oder eins von diesen teureren Plättchen, die dann ein oder zwei Geld kosten. Auch hier könnt ihr mit einem Geld die komplette Auslage einmal kurz vorher erneuern. Und dann nehmt ihr das Plättchen und legt es in eine eurer Fächer hier. Wichtig, ihr dürft es nicht in die beiden gerade aktiven Fächer legen. Ihr müsst es in die Fächer legen, die gerade nicht aktiv sind. Aber ihr könnt es, ja, egal in welchen Slot legen. Ihr könnt auch Plättchen ersetzen. Vielleicht habt ihr ein Plättchen schon da drin oder ihr habt schon alle Plättchen voll, weil ihr besonders langsam spielt. Ja, das kann dann unterschiedlich sein. Also ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Plättchen hier nehmen. Das kostet nichts und würde es dann hier in dieses Mühlending legen. Und wenn das das nächste Mal kommt, kann ich dann einfach eine etwas bessere Aktion machen. Oder es gibt natürlich auch hier solche Plättchen mit einem Pluszeichen. Und wenn diese Plättchen dann, ja, auftauchen bei der Aktionsauswahl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, hier drehe, dann hätte ich hier eine Schiffsaktion. Und zusätzlich könnte ich hier noch eine Marktaktion für ein Geld machen. Also dann bringt es euch, dass ihr beide Aktionen links und rechts, auf denen die Pfeile gerade zeigen, machen dürft. Das sind diese Plättchen mit dem Plus. Das bringt euch einfach einen fetten Boni. Und ja, wenn ihr ein Plättchen genommen habt, das ihr bei euch reingelegt habt, dann müsst ihr dann natürlich vom Stapel wieder auffüllen. Und ja, wie auch bei allen anderen Aktionen, ihr checkt dann immer, ob ihr hier irgendwelche Kettenaktionen auslösen könnt. Ob ihr irgendwelche Verbesserungen habt, die dann, ja, euch noch was einbringen. Zum Beispiel hatte ich ja eben die Mühlenaktion erklärt und der Spieler hier hat, wenn immer, wenn er eine Mühlenaktion macht, kriegt er ein Geld und einen Siegpunkt. Da muss man dann natürlich auch drauf achten. Dann kommen wir zur nächsten Aktion, das ist die Schiffsaktion. Die Schiffsaktion bezieht sich hier auf dieses kleine blaue Feld. Das ist so, da könnt ihr einfach Tulpen aus eurem Lager hier auf diese Schiffskarten oder auf diese Ladungskarten setzen. Das heißt, ja, gehen wir mal an. Ich habe hier einfach ein paar Tulpen in meinem Lager und ich mache diese Aktion. Dann nehme ich einfach irgendeine Tulpe und setze die hier auf die Karte, auf die oberste und bekomme dann als Bonus die beiden angrenzenden Kisten. Hier zum Beispiel zwei Tulpen und hier nochmal eine Verbesserung, eine Verbesserungsaktion. Und auch diese könnte wieder eine weitere Kettenaktion auslösen, sofern ich nicht irgendwie eine Karte schon davon in diesem Zug benutzt habe. Wichtig, auf diese Karten müssen immer unterschiedlich farbige Tulpen gesetzt werden. Das heißt, ihr könnt nicht noch eine weiße Tulpe hier draufsetzen. Sollte diese Karte dann irgendwie voll sein, dann werden alle Tulpen wieder abgelegt. Die Karte wird unter den Stapel geschoben und die nächste Karte ist dann sichtbar. Und da kann man dann weiter diese Schiffsaktion ausführen. Dann kommen wir zur letzten Aktion, das ist die Pflanzenaktion. Da könnt ihr Tulpen pflanzen. Hier standardmäßig in der Stärke zwei. Das heißt, ihr könnt bis zu zwei Tulpen pflanzen. Die müssen natürlich in eurem Lager sein. Es ist aber völlig egal, welche Farbe und von welchem Slot ihr die nehmt. Wichtig ist aber, dass ihr immer hier in die einzelnen Reihen immer auf das am weitesten links frei befindliche Feld legt. Das heißt, ich könnte jetzt die rote hier hinlegen. Wenn ich jetzt noch eine neue rote pflanzen möchte, dann kann ich es natürlich nicht hier hinlegen, weil hier noch eine frei ist. Das heißt, ich müsste sie hier dran legen. Und wenn ich einen Bonus hier überdecke, dann bekomme ich diesen auch. Es können wieder Aktionen sein, es kann Geld sein. Hier kann ich zum Beispiel direkt einen Auftrag irgendwie werten, den ich dann am Ende trotzdem noch habe. Das ist auch ziemlich stark. Und ich muss natürlich darauf achten, was ich hier in welche Reihe lege. Denn ich bekomme am Ende Siegpunkte oder besonders viele Siegpunkte, wenn die ganzen Reihen hier Farben reingelegt worden sind. Ich möchte auch möglichst unterschiedliche Reihen in Farben haben. Komme ich dann gleich nochmal bei der Endwertung zu den Punkten zu. Aber im Grunde genommen wollt ihr hier alles voll machen in unterschiedlichen Farben. Das zum Pflanzen. Dann checken wir noch einmal, was passiert, wenn denn jetzt bei der Umdrehung dieser rote Marker hier überschritten wird oder erreicht wird. Dann kann man einfach in seinem Zug zu beliebiger Zeit im Grunde genommen seinen Marker hier auf das nächste Feld setzen. Man bekommt hier einen Boni. Dann besucht man sich noch einen der freistehenden Boni, die hier unten sind, aus. Verdeckt das, was man genommen hat, mit einem X, sodass die Gegner das nicht mehr nehmen können. Also ich könnte hier, wenn ich jetzt als erster hier raufkomme, nehme ich eine Tulpe. Das kriegt aber jeder. Und ich nehme jetzt hier drei Geld. Und der nächste Spieler, der hier raufkommt, der bekommt nur noch zwei Geld. Dann, ja, das machen wir quasi ja so lange, bis wir hier vorne angelangt sind. Am Ende gibt es halt noch Siegpunkte. Und wir müssen natürlich auch immer in unserem Zug checken, was hier mit dieser Königin ist, was sie hier eigentlich von uns will. In diesem Fall möchte sie, dass wir in den mittleren beiden Reihen, ja, jeweils sechs Tulpen gepflanzt haben. Und derjenige, der das in seinem Zug als erstes erreicht hat, der bekommt dann hier, setzt seinen Marker dann hier auf diese Karte, bekommt dann direkt Siegpunkte. Je nachdem, ja, wann er das erreicht hat, vor wem er das erreicht hat. Und so funktioniert dann im Grunde genommen das hier. Wichtig auch nochmal, wenn ihr hier so Aktionen bekommt, dann müsst ihr die nicht sofort machen. Also ihr könnt die auch am Ende eures Zuges machen. Ihr könnt die, ja, Hauptsache ihr macht Aktionen zu Ende, aber ihr könnt euch aussuchen, in welcher Reihenfolge ihr welche Aktionen dann macht. Dann kommen wir einmal zum Spielende. Und ja, dann wird einfach ausgezählt, wer die meisten Siegpunkte hat. Und es gibt noch, wie folgt am Ende des Spiels Siegpunkte. Einmal bekommt ihr natürlich noch Siegpunkte für eure Auftragskarten, die ihr unten unter euer Board gelegt habt mit dieser Auftragskartenaktion oder mit dieser Verbesserungskartenaktion. Ja, dann müsst ihr dann einfach schauen, welche habt ihr hier. Zum Beispiel bei dieser Karte würdet ihr vier Siegpunkte für jedes silberne Mühlenverbesserungsplättchen bekommen. Das sind ja diese teuren hier. Die müsst ihr dann hier auf eurem Board haben. Das heißt, ihr zählt für eure 1 oder 0 bis 3 Karten hier eure Siegpunkte zusammen und bekommt die. Und dann bekommt ihr noch Punkte, je nachdem, wie ihr euer Board platziert habt, beziehungsweise wie ihr eure Tulpen gepflanzt habt. Und ja, da sieht man schon, dass das Pflanzen von Tulpen besonders wichtig ist, weil ihr quasi Doppelpunkte bekommt. Ich zeige das hier mal anhand dieses Boards. Ich lege das mal hier ein bisschen in die Mitte und nehme mal hier so ein paar Mühlen raus. Ja, ihr müsst erst mal schauen, wie viele Tulpen von welcher Farbe ihr eigentlich auf euer Beet platziert habt und welchen Bereich hier von den Mühlen ihr dann freigeschaltet habt. Zum Beispiel dieser Spieler würde jetzt zwei Punkte pro rote Tulpenpflanze bekommen, weil er das hier freigeschaltet hat. Also würde er hier vier Siegpunkte bekommen. Das häuft sich dann natürlich, je mehr Pflanzen man gepflanzt hat. Am Ende des Spiels hat man schon fast alles voll, je nachdem, wie schnell das Spiel lief. Man kann das Spiel ja ganz gut steuern über diesen Marker hier, wie oft man, wie schnell man dreht. Wenn alle immer nur eine einmal weit drehen, dann dauert das Spiel natürlich lang und viele maxen alles aus. Aber wenn einer irgendwie rusht, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und dann bekommt ihr am Ende des Spiels noch Punkte für euer Beet und dann müsst ihr hier auf die Spalten und auf die Zeilen gucken. Ihr wollt möglichst keine gleichen in einer Spalte haben, weil sonst bekommt ihr fünf Minussiegpunkte am Anfang, später ein bisschen weniger. Und in der letzten ist das eigentlich völlig egal, ob ihr gleiche Farben in einer Spalte habt. Und ihr wollt möglichst vier unterschiedliche Farben in einer Spalte haben, weil ihr dann Plus-Siegpunkte bekommt. Und hier bei den Reihen ist es so, dass ihr zum einen auf jeden Fall die Reihen voll machen wollt, weil ihr dann hier diesen hinteren Teil bekommt. Falls ihr aber auch sieben gleiche in einer Reihe habt, bekommt ihr den höheren Bonus. Also ihr bekommt nicht beide Siegpunkte hier, sondern ihr bekommt immer nur das höhere, falls ihr das erreicht habt. Und das sind im Grunde genommen dann alle Siegpunkte, die es hier zu ergattern gibt am Spielende. Es ist, würde ich sagen, so fast 50-50, wenn man sagt, was man während des Spiels bekommt und was man am Spielende bekommt. Ja, und wer dann am Ende die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen für übriges Geld und für übrige Tulpen im Lager und so. Dafür gibt es keine direkten Punkte. Da müsst ihr dann schauen, was dann der Tiebreaker ist, falls ihr Gleichstand habt. Aber das ist schon sehr unwahrscheinlich mit dem Gleichstand. Bevor es mit dem Kurzfazit weitergeht, noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen, indem ihr diesen Kanal abonniert, mir einen Daumen nach oben geht und ordentlich Feedback auch gebt. Ja, könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Ich lese alle Comments sehr, sehr gerne. Und ja, damit geht es dann jetzt weiter zum Fazit. Die Blumenstraße. Ein wirklich tolles Spiel, muss ich sagen. Ich bin wirklich so positiv überrascht. Ich bin fast schon begeistert, muss ich sagen. Mir haben die Partien, die ich gespielt habe, so extrem viel Spaß gemacht. Das fühlt sich so extrem belohnend an. Und ja, es hat irgendwie so einen geilen Flow, muss ich sagen. Es ist zwar so, dass wenn man das vielleicht zu viert spielt, dass die Downtime schon ein bisschen groß sein kann im Grunde genommen, weil ja die Züge dann doch relativ lang sind durch diese ganzen Kettenzüge. Aber zu zweit und zu dritt ist das Spiel wirklich Sahne, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht so genau, warum sie es die Blumenstraße genannt haben. Ich finde diesen Titel extremst abschreckend. Ich finde, das Spiel verkauft sich wirklich extremst schlecht. Was so Titel und auch das Cover, ich weiß auch nicht so genau. Ich bin tatsächlich einfach mit diesem ganzen Design nicht so richtig zufrieden. Aber spielerisch, mechanisch ist das wirklich ein Top-Titel. Gut, das Cover ist noch okay, lässt sich überstreiten. Aber also warum die Blumenstraße? Im Englischen heißt das Ganze Windmill Valley. Das finde ich viel cooler, viel ansprechender. Es geht ja hier auch um Windmühlen. Es geht, naja, es geht auch um Tulpen. Aber es geht um keine Blumenstraßen. Also wir machen hier, wir haben hier keine Straßen mit Blumen. Das verstehe ich irgendwie alles nicht so ganz. Das Board-Design ist auch, ja, ist ansprechend vom Layout. Aber auch diesen riesigen Platz in der Mitte, das hätte man auch alles ein bisschen komprimierter machen können. Ich finde, das ist alles ein bisschen überdimensioniert hier in der Mitte. Da hätte man das auch vielleicht ein bisschen kleiner machen können. Und ja, diese anderen Aktionen dann so irgendwie so drumherum, diesen riesigen Platz in der Mitte braucht man wirklich nicht. Aber ansonsten vom Material her top. Ich finde diese kleinen Windmühlen hier richtig cool. Ich finde die Double-Layered-Playerboards richtig cool, wo man die Karten unterstecken kann. Wo man hier diesen kleinen Geldmarker hat, mit dem man hoch und runter gehen kann. Die Mühlen, die man hier draufsetzen kann, da fällt auch nichts um. Diese Mühlenräder sind natürlich auch klasse. Das ist einfach 1A, muss man sagen. Das gefällt mir sehr gut. Und das ist auch, würde ich sagen, schon irgendwie seinen Preis wert. Also so Eurogames, die dann irgendwie so 60 Euro mittlerweile standardmäßig kosten. Ja, materialtechnisch gibt es das auf jeden Fall her. Spielerisch gibt es das auf jeden Fall nochmal doppelt her. Denn dieses Spiel ist wirklich toll. Ich finde diesen Mechanismus, dass man hier mit dieser Schleuse oder mit diesem Wasserstand und mit der Fließgeschwindigkeit das Spieltempo ein bisschen steuern kann, finde ich extremst genial. Natürlich muss man schauen, dass wenn man irgendwie der einzige Spieler am Tisch ist, der ein schnelles Spiel möchte und die anderen die Marker immer wieder runtersetzen, weil sie immer nur einmal drehen wollen. Dann kann das teuer werden, wenn man quasi diese Fließgeschwindigkeit hochhalten will, wenn man jedes Mal Geld dafür bezahlen muss. Aber es gibt Möglichkeiten, sich hier eine Geld-Engine aufzubauen und das Ganze dann zu forcieren. Ja, gegen drei Spieler wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ja, zu zweit und zu dritt ist das auf jeden Fall machbar, wenn man sich eine coole Engine aufbaut. Insgesamt diese Kettenaktionen sind einfach auch genial, muss ich sagen. Ich finde es cool mit dem, ja, okay, ich mache jetzt das und dann kann ich noch das machen. Und weil ich das mache, kriege ich irgendwie noch ein Geld oder es gibt ja auch Verbesserungsplättchen, die einem Aktionen einfach ein bisschen geiler werden lassen. Also keine Ahnung, kann ich vielleicht dreimal die Marktaktion machen anstatt zweimal. Oder ich darf bei Mühlen mir aussuchen, wo ich die Mühle hinsetze und muss da nicht irgendwie so einen Weg zurecht bauen. Oder ich kann mir bei der Chipsaktion, kann ich mir Kisten aussuchen. Da gibt es auch einfach so viele unterschiedliche Verbesserungen. Einmal Verbesserungen, die mir einfach so Kettenaktionen bringen, die einfach mir einfach eine weitere Aktion bringen. Oder ja, Verbesserungen, die mir ja einfach eine stärkere Aktion bringen. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, und ansonsten funktioniert einfach gut. Also man kann ein schnelles Spiel spielen, man kann ein langes Spiel spielen, je nachdem, wie stark man hier halt darauf geht, oft zu drehen und seine Werkzeuge einzusetzen. Darauf kann man natürlich auch gehen. Und ansonsten habe ich da überhaupt nichts auszusetzen an dem Game. Es ist, ja, ich mag das, dass man während des Spiels ein bisschen Punkte macht, dass man am Ende dann nochmal so ein paar Wertungen hat. Da kann man dann, ja, irgendwie schon extremst weit vorne liegen während des Spiels. Aber man wird dann vielleicht doch noch eingeholt, wenn man die Spielziele dann oder die Endwertungen nicht so richtig, ja, am Blick hatte. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, sich zu fokussieren hier. Entweder auf das Pflanzen, was natürlich sehr stark ist. Auf die Mühlen kann man sich hier fokussieren, das ist auch stark. Man kann während des Spiels unglaublich viele Punkte sammeln mit diesem Wasserstandsding. Wenn man da auch noch eine coole Engine aufgebaut hat, dass man das dann auch mal wieder senken kann und dafür dann auch nochmal oft Punkte bekommt. Da kann man schon einiges rausholen. Also da muss ich sagen, gefällt mir wirklich grandios. Alles in allem ist die Blumenstraße wirklich ein gelungenes Kennerspiel bis auf den Titel und so ein paar kleine Sachen, paar kleine Designentscheidungen. Da gehört natürlich auch dazu, dass nicht ganz eindeutig gekennzeichnet ist, welche Siegpunkte ich am Anfang bekomme oder während des Spiels schon bekomme und welche Siegpunkte ich erst am Spielende bekomme. Diese Kronen kennt man ja aus Eurogames, dass sie normalerweise dann unterschiedlich stark gefärbt sind. Das ist hier nicht so. Ja, hier sieht das alles gleich aus, da muss man das halt wissen. Aber sonst ein grundum tolles Eurogame. Das solltet ihr euch definitiv wenigstens mal anschauen. Das war es mit dem Video für heute zu die Blumenstraße. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ihr könnt jetzt direkt losspielen nach meiner Regelerklärung. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer ersten Partie oder falls ihr es auch schon gespielt habt bei euren weiteren Partien. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier auf meinem Kanal noch ein weiteres Video schaut. Ihr könnt zum einen einfach ein bisschen stöbern. Ich habe ganz, ganz viele Brettspiel-Videos. Oder ihr nehmt hier eins dieser beiden Vorschläge, die ich hier habe. Hier oben ein Video zu Chronologic, ein ziemlich cooles Deduktionsspiel. Und hier unten ein Video zu Dungeon-Designer. Auch ein sehr schönes Drafting-Spiel. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Vielleicht ist das was für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich. Ciao, ciao.